ein herz erfrischendes kuckoo an meine zuschauer und zuschauerinnen ich bin wenn der von weiter geht's mit let's play splinter cell conviction wie viele leute haben wir hier das müssten denke ich viele leute sein gucken wir mal wie wir das ganze am besten angehen da drüben höre ich irgendwo noch einen gut müssten alle gewesen sein jo sieht so aus sam ich weiß dass du beschäftigt bist aber hör mir zu grimm hat mich losgeschickt um sarah abzuholen ich hab sie an bord wir kommen zu dir dad was ist los mr kost hat versucht es mir zu erklären aber nur die ruhe entspann dich mein schatz alles wird gut wir sind in ein paar minuten da sam ich brauche die koordinaten vom zweiten generator wenn ich dir helfen soll ich versuchte den funkverkehr von prantis durchzuleiten lass dich nicht umlegen alter er bitte erlaubnis feuer eröffnet zu dürfen erlaubnis erteilt da ist er feier frei gewollt gut das haben wir hier auch noch unseren helikopter am arsch ja verdammt wir haben hier keine markierungen ist also kein nahkraft angriff gemacht aber ich denke hier sind wir erstmal sicher solange hier der heli den turm nicht kaputt machen kann ich denke wir sollten immer schön in deckung bleiben dann kann uns nichts passieren ja aber sieht doch so aus was ist mit dem zweiten generator der hetzt mich nicht so ich werde von einem hubschrauber beschossen dir fällt schon was ein ich brauche die koordinaten sonst sind wir am arsch eine sekunde ja es kann noch ein bisschen länger dauern jetzt hier erstmal raus aber irgendwie ist gerade der helikopter weg ne da hinten 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 haben wir schon mal schlägt da wir dürfen auf keinen fall den generator treffen verstanden auf keinen fall generator treffen zurück wir kümmern uns am boden um ihn los 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 oh vorsicht granate oh scheiße deckung granate das ist richtig ich bin gerade so konzentriert deswegen bin ich auch gerade so leise tut mir leid so wird das nichts ein bisschen zu weit gut den haben wir erwischt sehr schön ich glaube auf den einen mann kann ich jetzt verzichten sehr schön ja und da ist auch Sarah 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 hatten wir bis jetzt nur kurz am telefon du kannst neben mir sitzen aber wir müssen los alle brav angeschnallt nächster halt 1600 pennsylvania im dorf bei unserem letzten gespräch hat sie mir nur gesagt wo ich Sarah finde sie dann meint sie sie noch sie würde aufhalten mehr weiß ich nicht wir werden ihr doch helfen oder sie hat immerhin auf mich aufgepasst als du fort warst sie hätte mir auch einfach eine neue identität besorgen und abhauen können sie hat mich nicht im stich gelassen und das werden wir jetzt auch nicht tun keine sorge kleine wir sind auf dem weg es wird nur etwas dauern ich muss eine route wählen die nicht im wirkungsbereich der emp waffen liegt mein gott verdammt ich hätte nicht gedacht dass es so schlimm wird furchtbar all die armen leute da unten wreath was zum teufel hast du getan rakete rakete im anflug Sarah festhalten festhalten meine annahme dass es noch keine flugabwehrstellungen beim weißen haus gab bewies sich als falsch mit alles okay ja Sarah mir geht's gut dad dad du musst aufstehen komm du musst aufstehen dad Sarah Sarah du bist okay gott sei dank hat mir schon echt sorgen gemacht mir geht's gut zum glück hat wick und seil runtergebracht hier warte mal eine sekunde tja so viel dazu hätte mir ohnehin nichts mehr genutzt glaube die brauchst du nötiger als wir wo hast du die feste her war im hubschrauber der rest ist hinüber raketen machen gründliche arbeit ja das habe ich gemerkt sam was machst du noch hier schwing deinen faltigen arsch zum weißen haus ich lass meine tochter nicht hier weg Sarah kommst du da irgendwie vorbei dad schon okay ihr passiert nichts wir sind sechs blocks von meinem büro weg meine leute erwarten uns grim braucht eine hilfe grim kann warten bei Sarah gehe ich kein risiko ein dad er hat recht du musst etwas unternehmen vertrau mir alles wird gut wir sehen uns bald wieder ich verspreche's gut ähm es ist mir vorher leider passiert dass ich aus Versehen einen kleinen cut mit reingesetzt habe tut mir leid aber ich habe mein mikrofon gemutet weil ich meine nase putzen musste und da ähm habe ich dann leider reflexartig dann die aufnahme beendet dann gehen wir lieber nicht raus dann gehen wir lieber nicht raus komm schon komm vorbei komm schon komm vorbei sehr schön erstmal wieder hier rüber und dann zu der Ecke okay Herr jemini das sind doch schon ganz schön viele hm komm leute augen aufhalten ich kann alle warten ach scheiße du Mann kann nichts bestätigen dass er tot ist wiederholen keine Beweise vor Tod ist das lustig ich sehe ich sehe scheiße eine granate granate in Deckung Lade nach, noch Vollschutz! Jetzt schaut nochmal an die Vollschutz Waren das alle? Ich hoffe es zumindest Für diesen Raum Ja, sieht ganz gut aus Gut, dann gehen wir mal lieber weiter Die Tür wurde auch elegant geöffnet Hätte fast ich sein können Ne, ich kann Autofahren im Gegensatz zu denen Washington DC Downtown Gut, wir sind jetzt mal auf dem Weg zum meisten Haus Okay Hier steckt Sam einfach mal die Waffe weg, keine Ahnung Hier noch ein bisschen Schleichwerungen gemacht für Philips Das erinnert mich gerade ein bisschen an The Last of Us oder ein bisschen an Fallout 3 Keine Ahnung warum, aber Oder auch ein bisschen an Metro Nehmt eure Flossen weg Sorry Mann Meine Frau Ist da drin Ich muss sie rausholen Du kannst nichts mehr für sie tun Sie ist tot Du wirst dich noch umbringen Nein, ich werde sie da rausholen Jenny, Jenny Aber es wurde der nationale Notstand ausgerufen Nein Ich muss sie da rausholen Hör mir zu Du kannst nichts tun Sie ist tot, Mann Und wenn du da reingehst, bist du Wer seid ihr komischen Spinner mit euren Kampfstiefeln und Knarren überhaupt Wir sind hier um zu helfen, mein Herr Wir handeln im Auftrag der Regierung und sollen die öffentliche Ordnung aufrechterhalten Kann nicht sein Ich hoffe, die können mich hier nie sehen Ich lieber mal hier runter Wo komme ich sie eigentlich raus? Ich hoffe, dass sie hier hinterkommen Gut, der kommt auch noch dahinter Sehr schön Der Nächste, bitte Hält ihr jederzeit willkommen Kann ich mich da nicht irgendwie an die Seite Unpositionieren? Doch Feind suchen und ausschalten Jo, dann komm mal her Ich hab nämlich was für dich Kleines Geschenk Wie müsste dir eigentlich gefallen? Ich könnte dir ja theoretisch verraten, was gleich passiert Aber da wäre es ja zu langweilig Kein Sichtkontakt zum Ziel Sehr schön Da drüben Da drüben habe ich aber noch einen laufen sehen Jo Das sind sogar noch zwei Hier ist nichts zu sehen Hier konnte man noch hoch Müssen wir nicht unbedingt, glaube ich Keine Spur vom Ziel Keine Spur vom Ziel Sieht ihn jemand? Keine Spur von ihm Wachsam bleiben Vielleicht kommt er zurück Ich seh nicht, wo ist er? Sehr schön Gut Ich bin ein bisschen übermütig Ach was Sam, du wirst doch nicht übermütig Das hat doch jetzt eigentlich ganz gut geklappt Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer Waffenversteck Ich möchte wieder meine Standardwaffe haben So Wunderbar Vielleicht hat man ja versucht, das zu melden Die Fernseher und Radies sind kaputt Ich vermute, die wollen einfach nur eine Panik verhindern Das Gebiet um das Weiße Haus bleibt zum Schutz der Präsidentin gesperrt Niemand kommt hinein und niemand hinaus Bis wir andere Befehle erhalten haben Jeder, der versucht, in den Bereich einzudringen Wird als Terrorist oder Plünderer eingestuft und erschossen So lauten unsere Befehle Jetzt verlassen Sie bitte die Straßen Gehen Sie nach Hause Und bleiben Sie dort Gehen Sie unverzüglich nach Hause Hey, weg von der Absperrung Gehen Sie nicht an der Absperrung vorbei Gar nicht gut Wer ist denn? Das gibt Ärger Mann ausgefallen, wiederhole, Mann ausgefallen Durchsucht den Bereich, findet den, der es war Vorwärts Bin auf dem Weg Nichts zu melden Ich bleib hier und passe auf Gehen Sie unverzüglich nach Hause Alles beim Alten Hey, weg von der Absperrung Hab nichts gefunden Mist Gehen Sie unverzüglich nach Hause Wachsam, er muss hier in der Nähe sein Den Mistkerl schnapp ich mir Versprochen Alles ruhig Fischer, wir gehen rein Bereit machen Ich werfe ne Granate Wir schnappen uns Kontakt Es ist Fischer Los, los, los Achtung, Zielperson gesichtet Kein Sichtkontakt mit Ziel Du Penner, hast dich mit dem Falschen angelegt Negativ, kann ich hier nicht sehen Du lachst nur so lange, bis ich dir in den Arsch trete Granate, los Kann Gegner nicht sehen Hab dich, Fischer Du lachst nur so lange, bis ich dir in den Arsch trete Du lachst nur so lange, bis ich dir in den Arsch trete